Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast Downton Tales. Hallo liebe Steady-UnterstützerInnen, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns ganz doll, eure geschriebene Geschichte weiter vorlesen zu dürfen. Oh ja. Es ist richtig cool, die kam auch richtig gut an. Demnächst werden wir, ihr wisst es ja schon, die anderen noch nicht, also nichts verraten. Aber demnächst werden wir Teil 1 dieser Geschichte dann auch im Hauptfeed hochladen. Einfach quasi als kleine Überbrückungsfolge, während wir uns ein kleines Päuschen gönnen. So ist es. Und das wird dann eine kleine Überraschung für die anderen. Und vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Teaser, dass vielleicht mehr Leute zu Steady kommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau, nee, aber wir freuen uns natürlich, dass es euch so gefallen hat. Und wir hoffen, auch dieser Teil wird euch wieder so gut gefallen. Bevor wir einsteigen, werde ich noch einmal den letzten Satz vom ersten Part vorlesen, damit wir wieder in der Geschichte drin sind. Also, seid gespannt. Dies war nur ein Vorwand, denn er wollte einer Sache auf den Grund gehen. Spred hoffte inständig, dass Violet seine Irritation nicht bemerken würde. Sie durfte auf keinen Fall bemerken, dass ihn ihre Frage kalt erwischt hatte. Um das Schweigen nicht in die Länge zu ziehen, bemühte er sich um eine feste Stimme. Oh ja, es war wirklich mal etwas anderes, sie hätten es sehen müssen. In seinem Inneren schlug er sich die Hand an den Kopf. Du Idiot, dachte er. Wenn sie mehr Details über das Stück erfahren will, dann bist du doch geliefert. Aber zu seiner Erleichterung winkte Violet bereits ab und schien ihm gar nicht mehr richtig zugehört zu haben. Ja, ja, Spred, wären Sie nun so nett, mir den Tee zu silvieren? Am liebsten hätte er bis über beide Ohren gegrinst und laut aufgeatmet. Selbstverständlich, Milady. Während sich Spred entfernt, tritt Mrs. Baxter zu Mrs. Hughes ins Büro. Sie sah sich schnell um und schloss dann die Tür hinter sich. Mrs. Hughes schaute sie fragend an. Miss Baxter, wie kann ich Ihnen helfen? Miss Baxter trat unruhig von einem Bein auf das andere. Wir haben ein Problem, Mrs. Hughes. Thomas weiß über Moseleys, wie soll ich sagen, kleinen Unfall Bescheid. Er hat mich bedrängt, um ihm alles zu erzählen. Vielleicht sollten wir mit Bates und Mr. Moseley sprechen, was jetzt zu tun ist? Thomas wird doch sicher Ärger machen mit dieser Situation und Information. Mrs. Hughes schwieg kurz nachdenklich und bat, dann Baxter Thomas zu ihr zu schicken. Machen Sie sich keine Sorgen, Baxter. Vielleicht kann er uns sogar helfen. Dieses Mal könnte Mr. Barrow ein nützlicher Verbündeter sein. Baxter verließ den Raum, um Thomas zu suchen und Mrs. Hughes schaute ihr sorgenvoll nach. Bates, können Sie den Mann beschreiben, der Mr. Moseley geschlagen hat? Verlangte Robert daraufhin, ungeduldig zu wissen. Wenn es jemand aus dem Haus oder der Umgebung war, müssten wir ihn doch ausfindig machen können. Ich konnte das Gesicht nicht erkennen, Milord, erwiderte Bates zögerlich. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Es war kein Mann. Robert hob erstaunt die Augenbrauen. Kein Mann? Gute Güte. Er schüttelte ungläubig den Kopf. Dann hat sich unser guter Moseley ein blaues Auge von einer Frau eingeholt? Es sah für mich ganz danach aus, Milord. Ja, und was geschah dann? Nun, Bates schien einen Moment zu überlegen. Ich kam hinzu, als Moseley gerade den Schlag erlitt. Ein Faustschlag mit voller Wucht, müssen Sie wissen. Und da rief ich, was geht hier vor? Die Frau erschreckte sich und lief eilig davon, bevor ihr Gesicht erkennen konnte. Sie trug eine Kapuze. Tonner Wetter, antwortete Robert. Was denken Sie, wer war die Frau? War es jemand aus dem Haus? Möglich wäre es, Milord, meinte Bates. Aber? Bates traute sich kaum, es auszusprechen. Wahrscheinlich würde man ihn für verrückt erklären. Aber er war Robert eine Antwort schuldig. Milord ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber die Dame, die ich gesehen habe, hatte große Ähnlichkeit mit Miss O'Brien. Der Zofi ihrer Ladyschaft. Aber ich kann mich auch irren, immerhin war es dunkel. Robert schaute ihn entsetzt an. O'Brien? Warum sollte sie nach all den Jahren wieder nach Downton kommen? Und was hat sie mit Moseley zu tun? Das ist doch sehr mysteriös, oder Bates? Es wäre sicherlich einfacher, wenn Mr. Moseley erzählen würde, was passiert ist, aber er schweigt, Milord. Bates, da Sie etwas gesehen haben, sollten Sie mit Moseley sprechen. Ihnen wird er wahrscheinlich etwas erzählen. Ich hatte erst gedacht, dass Carson eine Hilfe sein würde, aber er kann sehr einschüchternd wirken. Also versuchen Sie, etwas von Moseley zu erfahren. Bevor Bates antworten konnte, verließ Robert das Zimmer. Fast wäre er mit Thomas zusammengestoßen, denn er hatte an der Tür gelauscht. Haben Sie nichts anderes zu tun, als hier herumzulungern, Barrow? fragte Robert ihn ungehalten. Thomas war die Situation sichtlich unangenehm. Verzeihen Sie, Milord, aber ich wollte mit Ihnen sprechen. Es gibt ja etwas, das Sie wissen sollten. Wenn es um Moseleys blaues Auge geht, dann weiß ich bereits Bescheid. Vielen Dank, Mr. Barrow, unterbrach ihn Robert. Thomas war die Enttäuschung sichtlich anzusehen. Wenn Sie sich nützlich machen wollen, fuhr Robert fort, dann holen Sie mir Moseley her. Ich möchte mit ihm persönlich sprechen. Sehr wohl, Milord, murmelte Thomas, machte auf dem Absatz kehrt und eilte hinunter in Richtung Küche, wo Mrs. Padmore gerade Zwiebeln schnitt. Haben Sie Mr. Moseley gesehen, Mrs. Padmore? fragte er ungeduldig. Seine Lordschaft verlangt nach ihm. Ähm, ja, er ist im Kühlraum, Eis holen, um sein Auge zu kühlen, antwortete Mrs. Padmore überrascht. Sie sollen sofort zu seiner Lordschaft kommen, sagte Thomas zu Moseley. Ohne nachzufragen, ging Moseley die Treppe hinauf. Bates kam ihm entgegen. Mr. Moseley, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? fragte er. Seine Lordschaft hat, ähm, nach mir gefragt. Ich hab jetzt keine Zeit. Aber kommen Sie doch sonst mit, denn ich denke, dass es um den Vorfall von letzter Nacht geht, der mir das blaue Auge beschert hat. Immerhin haben Sie mich vor Schlimmerem bewahrt. Ohne etwas zu sagen, folgte Bates Moseley. Er atmete tief durch und betrat dann mit Bates die Bibliothek. Robert zögerte nicht lang und sprach Moseley direkt auf seine Verletzung an. Was ist passiert? Muss ich mir Sorgen machen? Nun reden Sie doch bitte endlich. Ich werde es Ihnen sagen, Milord, wenn Sie darauf bestehen, stotterte Moseley nervös. Bates hielt gebannt den Atem an, während Robert Moseley auffordernd zunickte. Nun, wer war es? fragte Robert. Es war... Momente Moseley, Miss O'Brien? Miss O'Brien. O'Brien? Rief Robert. Aber warum? Ja, und warum es Miss O'Brien war, das erfahren wir dann wohl in der nächsten Folge von Downton Tales. Wir hoffen, es hat euch auch wieder gefallen. Und lasst uns gerne Feedback da. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr zuhört und dass ihr unsere gütigen Mäzene seid. Die die Geschichte weiterschreiben. Genau. Es macht mir nämlich übrigens mega Spaß, die vorzulesen. Aber ich muss echt noch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie mache ich die Stimmen für welche Figur. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir sind ja auch keine Profis. Nein, das ist richtig. Ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich mich auch mal versuchen. Einfach daran, wenn es die genehm ist. Ja, gerne. Sehr gut. Ja, und dann hoffen wir, euch hat es gefallen und ihr hört uns in der nächsten Folge von Downton Tales. So ist es. Bis dann. Bye. Bye.